So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Ich wollte gerade schon Minecraft sagen. Ähm, 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 von Skyrim in Hübsch. Was kannst du mir denn sagen? Dann redet mit meinem Vater, Skulva. Auf jeden Fall. Hallo, Pferd. Wo bist du, Skulva? Skulva? Da bist du. Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt... Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Ja, gib her. Dann kommt wieder, wenn ihr die nötige Summe habt. Warte mal, wie viel Geld? Jetzt habe ich 700. Super. Mal hatten wir hier vorne nicht so eine Karawane, wo ich noch ein bisschen Schrott verkaufen kann. Ja. Waren maßant. Werft einen Blick darauf. Lasst mich mein Zeug verkaufen. Nein. Nein. Ach, komm. Sie haben ihn. Tis. Ah, der Käufer besitzt nichts mehr. Ich sage euer Weg, euch zu warmen Wüsten führen. Das ist mir jetzt egal. Ich möchte jetzt zu diesen Häuten. Wo sind die da? Oh mein Gott. Ich könnte ja eigentlich mal nach Helgen schnell reisen. Und dann einfach mal den Weg laufen. So, natürlich sollte ich vorher mir das richtige Werkzeug besorgen. Dann kann ich durch dieses wunderbare diese wunderbare Stadt laufen. Und ich laufe nach Riften. Und hier ist irgendwo ein Bär. Soll ich vielleicht da hin? Ist das vielleicht etwas? Oder werde ich jetzt einfach nur gefressen? Ich speichere auf jeden Fall mal kurz. Da. Ja. Speichern. Oder was ist denn das hier? Weisenfelsen? Ja, und was nützt mir das jetzt? Wenn ich den Weisenfelsen entdeckt habe? Das ist einfach nur ein Felsen. Oder wie? Oder was? Scheinbar. Einfach nur ein Felsen. Gut. Wie kann ich denn... Wie... Wie komme ich denn hier weiter? Ich schlafe gerade genau in die falsche Richtung. Ich muss am Felsen vorbeilaufen. Da soll irgendwo ein Weg sein. Scheinbar. Hier muss doch irgendwo ein Weg sein. Da vorne ist ein Weg. Wie schön. Wie schnell du ein Ausdauer verlierst. Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Wir müssten irgendwie was auf Ausdauer mal... ...skillen. Boah. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Hm. Und wir brauchen dringend ein Pferd. Das uns fährt. Aha. So. Wie komme ich jetzt da hoch? Gib mir nochmal die Karte. Okay. Wir laufen einfach weiter. Ein Pferd. Komm. Sprech mich an. Eine Bilderei tut doch niemand. Werf deinen Blick darauf. Ja. Bitte. Ach. Der hat nur 22.000 Gold. Der kann man ja nichts holen. Auf Wiedersehen. Schade. Ab nach unten. Wow. Komm. Hä? Ach, da geht's weiter. Gut. Was ist denn das? Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreichs ein. Scherte... Äh. Ja. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich keinen großen Kampf oder sowas haben. Ist auch doof, wenn man einen Bogen nimmt als Waffe. Jetzt bist du wieder... Boah, ich dachte schon, worauf reite ich da? So. Wir sind fast da. Ja. 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 Hallo? Wieso wollt ihr mich dauernd... Ja, gebt mir euren Wolfspelz. Das kann mich zumindest Leder machen. Wieso wollen die mich die ganze Zeit ab... Boah, sieht das geil aus. Juhu. Oh, hier kann man ja... Alles nehmen. Ohne irgendwie... Ja, ich schlaf am besten mal so. 11 Stunden, genau. Damit ich etwas ausgeruhter bin. Du fühlst dich wohl erholt. Das nützt nichts. Nein. Cool. Hier haben wir einen entschmisten Tisch, aber... Ich glaube, den brauchen wir nicht. Denn... Wir müssen einfach weiterlaufen. Ich hasse dich. Voll... Oh, wieso hat er einen Silberring dabei? Hat er den vielleicht verschluckt? Das wäre witzig. Deshalb hatte der Drachen auch Rüstungen dabei. Wow. Oh. Das war jetzt... Richtig scheiße. Oh, zum Glück habe ich hier gespeichert. Das wäre doof, wenn ich jetzt noch weiter weggeblieben wäre. Ich glaube, wenn ich so einen Bären habe oder sowas, sollte ich vielleicht... Ich sehe hier überhaupt nichts. Das geht ja gar nicht. Bring dich doch einfach selber um. Ah, daneben. Na. So, jetzt müsste ich allerdings lieber aufpassen. Oh. Oh. Der hat mich schon gesehen. Das ist schlecht. Ich würde sagen, ich wechsle mal auf mein Pelzschild. Und... 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 Oh. Der bringt mich trotzdem um. Ja. Hm. Ganz schlecht. Ähm. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Vielleicht laufe ich auch einfach mal hier den Weg entlang und versuche einfach mal daran, vorbeizulaufen. Na. Komm, lauf mal, wir sind schnell. Aua. Laufen wir mal etwas weiter hier an der Seite entlang. Boah. Leichte Rüstung verbessert. Super. So, und jetzt speichern wir mal kurz. So, und jetzt. Versuchen wir einfach mal. Außen dran vorbeizugehen. Ich hoffe, das klappt. Oh. Kuhmann kann die... Ich sehe so gut wie gut gar nichts. Das ist ja richtig schlimm. Das ist ja richtig, richtig dunkel hier. Aber wir sind... Wo kommt der denn jetzt her? Und vor allem, was wollen die hier? Ich gehe einfach mal weiter. Interessiert mich ja nicht, was die hier machen. Komm. Komm. Lauf, jetzt haben wir schon wieder eine Viertelstunde gebraucht, um irgendwo hinzulaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kann ja nur schlecht werden. Aber immerhin sind wir jetzt da. Ich glaube, wir warten einfach mal hier wieder, bis es Tag wird. Ja, komm. Ja. Sollten vielleicht etwas länger warten. Ups. Ups. Das war... Ja, es reicht. Die Sonne ist immerhin schon aufgegangen. Wir sind jetzt da, wo wir sein wollten. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenblutes? Und dem von uns wird eine Völkliche... Wart mal. Wir sind jetzt hierhin gelaufen, ja? Nur, um jetzt gesagt zu bekommen, dass wir da hochlaufen müssten. Nein. Es ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und vor allen Dingen, wie komme ich da hoch? Da glaube ich. Okay. Ähm. Ich würde sagen, die Zeit ist wieder um. Und, äh, im nächsten Mal laufe ich einfach mal da hoch. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.